Zocker an die Let's Play Herzlich willkommen bei Zocker an die Let's Play. Wir spielen heute Anomalie Korea. Hier gibt's ordentlich was. Und auch Reparatur. Und weg ist er, der Dicke. Suchen wir mal Disablen. Das hat nicht recht funktioniert. Dann Plan B. Und Reparatur nochmal. Das war meine letzte Reparatur, das muss jetzt hinhauen. Eine habe ich wieder. Hier geht's grad ordentlich zu. Und ich brauch die letzte Reparatur. Das war jetzt nicht so gut durchs Feuer da durchzuwandern. Der wird drauf gehen. Shit. Ah, mir fehlt schon wieder die Reparatur. Ah, drauf gegangen. Wir brauchen einen anderen Weg. Das ist ja beim ersten Mal besser gegangen. Das gibt's doch nicht. Habe ich einen schlechten Weg gewählt, ne? Es ist auch, weil mir die Feuerkraft gefehlt hat. Wegen dem Fehler am Anfang da. So, jetzt haut's aber hin. Wir werden jetzt den Supply nehmen. Und den Supply lassen wir gleich mal. Reparatur, Reparatur, Reparatur brauchen wir sonst gar nichts. Einfach nur Reparatur, Reparatur, Reparatur. Diesmal werden wir den Weg hier gleich wählen. Ich bin sicher, sicher. Dann darüber, darüber. Jupp, so haut das hin. Und los geht's. Wir werden jetzt dem Feuer gleich von Anfang aus ausweichen. Das hilft. Das spart mir nämlich, äh, ja. Eine Reparatur gleich, die ich ganz dringend brauche, nämlich. Können nicht alle Reparaturen am Anfang verschwenden, weil die brauche ich nämlich nachher noch, ne? So, disabled. Das sollte gut gehen jetzt. Wieso nimmt der eigentlich Schaden? Ne, warte mal, warte mal. Hier ist auch Feuer. Ja, das heißt, äh, da werden wir rundherum marschieren. Hoppala. Jetzt haben wir verdrückt und... Das ist blöd, weil einmal muss ich da durchs Feuer durch, ne? Aber gut, einmal ist ja neu erträglich. Einmal Reparatur mal. No, bis jetzt läuft's ganz gut. Und nochmal Reparatur hier verwenden gleich. Ein bisschen spät. Weil... dass wir das optimal nutzen können. Oh, das läuft ganz gut eigentlich. So, jetzt werden wir nochmal Reparatur hier verwenden. Zack, optimal erwischt. Also wirklich optimal erwischt. Den müssen wir nur platt machen hier. So, sieben Reparaturen haben wir jetzt. Das musste doch ausgehen jetzt. Das können wir ruhig beschleunigen jetzt. Ich könnte auch ein bisschen im Kreis fahren, weil dann macht das Subletrack, äh, mir die Reparaturen fertig, die ich so dringend brauche. Ja, der macht die ganzen Tower wieder zurück, das ist scheiße, ne? Oh no, this is not good. Na, was soll man machen? Was soll man machen? Wie sieht's an der Upgrade-Front aus? Ich kann mal gar nichts leisten. Ich bin so gut wie mittellos. Juhu. Äh, wie machen wir das? Äh, so, so, so. Hier werden wir durchs Feuer fahren, weil da krieg ich was. Darüber. Ach, das ist blöde darüber. So, dann nach oben. Links. Da muss ich mal runter. Danach rauf, rauf. So. So. Äh, so, so haut das hin, ja. Das ist zwar ein dämlicher Umweg, aber naja, was soll's, ne? So. So, einmal Reparatur. Plus ein Störsender, dann haut das hin hier die Sache. Den dicken werden wir gleich disabeln. Zack. Das sollte gut hinhauen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Scheiße, jetzt hab ich's übersehen. Jetzt haben wir die mein... Oh, oh. Ich brauch den. Das ist kacke. Oh, ich brauch den Tank da vorne. Das ist ein schöner Scheiß, Leute. Dass der jetzt im Arsch ist. Weil den brauch ich. Ohne den werd ich's nicht schaffen. Das ist die kacke des Jahres. Das ist die kacke des Jahres. Das ist die kacke des Jahres. Das ist extrem blöde ohne den Tank. Eins, zwei, drei und disabeln. Heilen. No, bis jetzt läuft's eigentlich ganz gut. Und den Dicken hier, wenn wir nur Gas geben. Haben wir auch geschafft. Ein bisschen schwer, aber es geht. Es geht. Heilen. Den Hintern müssten wir auch heilen. Das geht aber zu schnell weg. Dann machen wir es so mal. Dann kommt der hintere auch noch rein. Der kriegt jetzt gleich wieder seine Heilung. Zack. Hat er. Wir müssen den Hintern-Supple-Track mal heilen. Das Dumme ist, wir haben nur mehr drei. So, bis jetzt läuft es eigentlich. Jetzt werden wir den da hinten heilen. Das muss einfach sein. Wir dürfen den nicht zerstören lassen hier. Sonst geht man das eh ab. Jetzt haben wir vier Heilungen noch. Das geht. Okay, den haben wir. Jetzt machen wir den da unten platt. Suchen wir uns einen schönen Weg da nach unten. Wo wir jetzt nicht unbedingt, äh, abgeknallt werden, ne? So. Dann da. Hier können wir was abgreifen. So, und ab nach unten. Der Weg ist wirklich gut hier. Dann zu dem da. Und so, genau. Da raus, da raus. Nach oben und dann schauen wir weiter. Den Unterbrecher, den Dreier, finde ich ein bisschen sinnlos, aber... Jetzt wird er schon ein bisschen instabil, der Kern. Ah, da kommen wir wieder zu den neuen Tower. Ah, das sollten wir aber hinkriegen. Haben wir eigentlich Kohle? Ja, haben wir. Also, wir könnten den ersten Tank upgraden, was wir jetzt auch machen. Und einmal reparieren. Und nochmal reparieren. Und ablenken. Das ist ja richtig böse da gerade. Hinten auch reparieren. So, noch einer. Alter, da geht's gerade ab. Gar nicht gut. Äh, hier ist mal zu viel los gerade. Viel zu viel, Leute. Das sieht ja richtig eklig aus. Aber wir kriegen's hin, wir kriegen's hin. Ist schön gegangen, ne? Ja, das Wichtigste ist Reparatur. Na, komm, stirb. Ja, den haben wir weiter. Reparatur haben wir auch wieder. Oder? Ne, haben wir noch nicht, aber bald. Jetzt müssen wir bald reparieren hier. Was machen wir mal? Ich brauch einfach nur Reparatur. Der Rest ist eh egal. Ah, das zieht rein hier. Ja, jetzt kriegen wir Kohle. Einmal Reparatur ist drin. Ah, der knallt auch rein. Und jetzt fahren wir gemütlich runter. Schau mal, was können wir uns leisten. Wir könnten den Schildgenerator upgraden, was, ich glaube, die beste Idee überhaupt ist. Äh, okay. Ja, Supple-Track upgraden gibt eigentlich nur dem Armor. Das ist jetzt nicht so der Burner. Ah, der nervt. Ah, der nervt. Das ist nur gefällig. Und wir haben den nächsten Kern. Jetzt fehlt nur mal einer. Glaube ich. Und dann haben wir's. Oder haben wir alle? Naja, einer fehlt nur, oder? Ne, jetzt können wir den in der Mitte platt machen. Mh, der ist gut verteidigt. Aber das heißt, einfach ein paar Luftschlägereien und es müsste sich auch erledigt haben, ne? So, schauen wir mal. Kohlemäßig sieht es beschissen aus, ne? Äh, der Supple, der soll noch das hier machen. Das passt schon. So, jetzt muss man uns einen guten Weg suchen. Also, so. So, das haut hin. Aber wir sollten... Wir sollten darüber, weil hier können wir was abgrasen. Hier ist Money. Danach werden wir den hier platt machen. So nach oben. Und dann ist er dran. Dann machen wir ihn Mule. So. Sollte funktionieren. Vier Airstrikes haben wir. Das muss einfach reichen. Okay. Eine Reparatur haben wir ready. Das muss man dringend brauchen. Ablenkung hier hin. Ah, jetzt geht's gerade richtig ab hier. Eins, zwei, drei. Wow, wow, wow. Da geht's ab. Ne, Reparatur wird gleich fällig. Glaube ich. Jopp. Ein Risiko eingehen ist besser. Ich will jetzt nicht drauf gehen. Ich bin kurz vorm Ziel. Kann man sagen, ne? Zack, zack. Ah, scheiße. Oh, jetzt hat er Demo gekriegt. So ein Dreck. Aber wir können uns gleich einen neuen leisten. Den schicken wir auch gleich vor. Hier geht's gerade ziemlich rund. Ist das lästig, diese Dinger da? So, wir brauchen erst Dreieck und zwar dringend. Hammer. Oh, hier kracht die Bude. Oh, das geht noch. Dabei geht's noch klar, Leute. Oh, es wird schon echt knapp langsam. Machen wir einen Airstrike mal auf den. Hallo? Ist es jetzt wieder? Wir werden den einfach hier zubomben. Und das geht auch. Oh. Einfach zubomben, die ganze Scheiße hier. Oh, einen hat's schon getroffen. Ich glaube, ich kann mir nur einen leisten. So. Der Supply-Track ist weg. Sieht nicht gut aus. Wir werden da drauf gehen. Hm. Das werden wir nicht schaffen. Wir werden jetzt noch einen Tank kaufen. Aber ich habe fast keine Kohle mehr. Also, da wird sich nichts mehr ausgehen, ne? Reparatur kann ich mir nur einmal leisten. Nochmal Reparatur. Ich habe fast keine Kohle mehr, Leute. Der geht nicht down. Und sie sind schon wieder hier. Sie sind jetzt witzig. Wie soll man denn das machen? Hier im Kreis fahren? Oder was? Das wird wohl das Beste sein, ne? Wir werden es jetzt nicht schaffen, aber fürs nächste Mal weiß ich es, Leute. Weil ich habe gar nichts mehr. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi, let's play. Tschüss. 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 Tschüss.